Nach Let's Dance, Younes Zaru wurde für ein Event gebucht. Younes Zaru, 25, sollte wieder das Tanzbein schwingen. Der Influencer tanzte bis vor wenigen Wochen noch bei Let's Dance. Dort versuchte die Profitänzerin Malika Chumef, 32, ihn fit zu machen. Doch letztlich schien es den Zuschauern nicht zu reichen, denn das Duo musste die Show relativ früh verlassen. Doch manche sind wohl trotzdem von ihm überzeugt, denn Younes verrät Promiflash, dass er und Malika für eine Show gebucht wurden. Promiflash hat Younes auf dem TikTok-Hashtag 4Ufest getroffen und dort erzählte er eine lustige Geschichte. Das war's für heute. Musik Es war eine sehr schöne Zeit und es war umso trauriger, als wir dann auch gehen mussten, meinte er. In der Sendung seien viele enge Freundschaften entstanden und mit Malika habe er eine tolle Tanztrainerin gehabt. Musik Den Sieg scheint er eigentlich allen zu gönnen, doch vor allem Julia Beautix, 24, drücke er die Daumen, denn die beiden kennen sich schon lange. Musik 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 Musik